Okay, der Rest macht die Mox, wir gehen rein. Hol dir den Heiler, den Heiler, den Heiler, den Heiler, den Heiler! Hier, der steht direkt vorne! Grudge, 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 Grudge! Mach den einfach kaputt! Das hast du, hast du! Ich bin schon da und das Schwert, das Schwert. Ist das T6 flat oder was? Ja, bin ich automatisch betroffen, ja. B6 eins! Ich bin mit auf Grudge. Und der Prost, der Prost, der Prost, der Prost! Alles gut, alles gut, alles gut! Ich bin auf dem komischen Clarent. Fingern auf dem Prost ziehen. Mach die alle kaputt. Anti-Healer hinten in der Ecke. Sie sind übrigens Double-Heal, ne? Wollte ich nur mal so erwähnen. Oh, und Grudge. War das nicht schön? Ich chase das komische Schwert. Den Fass-Helm da, ne? Was ist das da hinten? Wir haben auf jeden Fall eine Armbrust dabei. Die haben Grudge, die haben Grudge. Die haben den Meteor-Helm, meinst du? Komm, wir gehen rein, wir gehen rein. Ich hab den Tank schon gedottet, Marco. Der Tank ist gedottet, wenn du fertig bist. Jop, Tank. Ab 30. Okay, Achtung, Marco, du kriegst, du kriegst. Ich krieg hinten den Highlight. Der Highlight, der kann nichts machen, der kann nichts machen. Tank down. Okay, okay, super, Tank ist down. Ich geh direkt auf dem Crossbow, ich bin auf dem Crossbow. Ich bin auf dem Crossbow. Ich bin auf dem Crossbow. Alles gut, alles bleibt drin. Bleibt drin, ich purge, ich purge, purge, purge. Hier, Karl, Luthers, irgendwie vorne, 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 vorne. Ich bin mit Marco auf dem Crossbow. Okay, bist du dran, Marco? Jop, 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 grudge. Weiter rein, weiter rein, wir haben sie. Okay, der Heal, Heal, Heal. Ach so, der Cross, der Cross, wirst du da noch richtig? Ja, der Cross, der Spar, ich bin da drauf auf dem. Ich döte die, nein, klar. Dann geh rein, dann geh rein, drück zu denen. Karin Caller ist auf mir. Ja, ich bin drauf. Ja, alles gut. Okay, Karin Caller, Karin, 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 Elitig. Ich brauch Heal. Alles gut, alles gut. Ich dort den Tank, ich dort den Tank in der Zeit. Marco, ich komm noch nicht dran. Ja. Hier, der Pass-Off-Leach, 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 Pass-Off-Leach. Die sind weiter da oben und hier, sie sind total low, ne? Ich komm grad da nix dran. Mach den extra. Jetzt wieder Marco. Nice, 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 nice. Für den Tank, den Tank. Tank. Achtung, da jemand Poison-Pot, Marco das Poison-Pot. Hasquatch, Hasquatch. Leg mehr Mana. Karin, Karin. Der Tank hat... Mach den Tank, ich bleib auf dem Tank, Marco. Ich bleib auf dem Tank, der stirbt jetzt. Karin ist deleted. Mach den Heiler, der Heiler steht voll in euch drin. Achtung, ich bleib auf dem Tank, der hat nix. Okay, gar maler Tank, der hat nix. Bubble ist gleich aus. Null, zu top. Da ist ein Cross-Boat drin, ich bin ein Heiler, ich spring direkt rein. Okay, go go. Pass auf, die Mobs, voll deep. Ich hab die hierhin. Die haben geclanced, die haben geclaned, die haben geclaned. Ja, du bist deep, da. Ich bin auf dem Tank. Ja, bin ich auch Marco. Warte aber noch, ich nehm, ob wirs noch geroutet. Boah, die sind ja ultra gestackt. Geht einfach rein, der Heiler ist ein. Wir haben die Mobs dran. Brauch Heel, wahrscheinlich. Hallo Hallo, hauptisch. Okay, ich bin auf der Klever. Bin ich auch, bin ich auch, bin ich auch. Ich hab 3 Stacks, ich hau's da raus. Alles. Tank, tank. Okay, dann schwarzschmuck, mach ich die Poison-Pot-Page. Schwing! Den Heiler da oben. Der Heiler will noch looten hier hinten. Noch mal den Bobblaster. Bring den mal um jetzt, Marco. Bring ihn gebootet. Arbeiter dran. So, waren das alle? Ich so, das gefühlte Fall. Dann noch einer. Die Heiler ist nicht geschehen. Wir haben zwei Heavys, also passt auf. Wir haben eine Platte Akane. Deren einziger Schaden ist der Claren und ein Cursed. Ich haufe dem Akane einfach oben hier, ne? Oh, ich geb ihn auf den Claren. Ja, oben schau. Marco wurde gepurcht. Ich bin auf den Tank. Claren, Claren. Okay, Tank, Tank, Tank. Rutsch, okay. Und Abfahrt auf den Tank. Skipierst? Komm nicht rein. Der Akan, der Akan, der Akan. Nein, er hat noch den Ball. Der Tank hat alles in. Der Tank hat alles in. Der Tank hat alles in. Ein T-Field von denen. Der Cursed hat hier alles raus. Hinten. Okay, der Claren ist auf mir. Ich bin auf dem Cursed. Ich bin noch gesilent. Ich brauche was. Ich brauche was. Ich brauche was. Auf dem Claren. Der Claren rin weg. Er curse, er curse Okay, Crutch Okay, bin auf dem Claren Nächster Ehen 5 Lugzi slow Claren 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 Ich kann ihn gleich finishen Oh was? Oh man Jungs, den curse oder den Claren? Macht nicht die Tanks, macht nicht die Tanks, macht nicht die Tanks Okay, er curse, er curse, er curse, er curse, er curse Ich kann ihn finishen Ich hab den Poison verdraut Lugzi hat die fällt, Achtung Ich hab ihn, ich hab ihn weiter, weiter drauf, weiter drauf, weiter drauf Ist down, jetzt Birch, Birch, Birch Achtung, Achtung, Claren ist im Safe, Claren ist im Safe, Claren ist im Safe Nicht decken, nicht decken Marco Claren 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 Bleib auf dem Curse, bleib auf dem Curse, bleib auf dem Curse, bleib auf dem Curse Der Curse ist tot Ich hab kein Mana mehr Okay, Mana fällt, Mana fällt Weiter Birch, ein noch Birch jetzt bitte Zu den Birchen, ich will Birchen Ich hab ihn noch gepurcht, haha Haut ihn einfach um, ja Ja, der Schildbeam Musste cancel beim nächsten Mal suchen Perch oder? Ich bin gestunt, ich bin gestunt Der hat einen großen Sinn drauf Come on Jetzt, 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 jetzt Ich bleib auf dem Arcane, ich bleib auf dem Arcane Ich bleib auf dem Arcane Einer, chase oben, Syren, chase oben Der Troide oben hier krieg ich alleine nicht Wir haben's Captain, Captain Maze, Jason noch rein Maze, Glaive, Einhand Curse ist auf Syren, Einhand Curse ist auf Syren Einhand Curse ist auf Syren Ich hab Death drin Nächster E ist gleich ab, und zwei Nicht decken, nicht decken, nicht decken Ich wurde gepurchtet Ich brauch Grudge, die Glaive, die Glaive Die Glaive, Grudge, 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 Grudge Jungs, den Frost, hört auf die Glaive zu fuchsen bitte Der Frost, der ist bei euch reingesprungen rechts Der Healer, der Healer, der ist unten drin Ich hab den Grudge weggemacht, ich sterbe Ich hab den Grudge weggemacht, ich sterbe Ich hab den Grudge weggemacht, ich sterbe Nächster E kommt der Grudge, die haben auch Grudge Oh, ein Healer, noch Grudge Luxi, 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 Hile Luxi Ja Clive is down, den tank, den tank, den tank Ich brauch einen Healer, damit ich wieder rein kann Das geht jedem so, man Ich hab den Hiler geteilt Grudge ready, Grudge ready Gib, 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 gib Den Kurs, den Kurs Den Kurs Du musst Mana liegen, bitte Jop Die haben auch Mana liegen Die haben Grudge auf sich, glaub Ja, ich hab den einen Kurs, konnte nichts gegen machen Hey, stepp, stepp Dritte ist der Clave hinten Gehen auf mich Ich bin ja verfrostet erstmal Er ist gepurcht Jo, gib Grudge, 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 Grudge Er wird mich gleich Welchen macht hier? Tank, tank, tank Kero Der ist ne Smogbomb grad Ab Smogbomb grad Der nimm er noch Ich bin gesleebt Ich bin auf Kero Bubblegum, Bubblegum, Bubblegum Bubblegum Dann machen die gleich Oh Gott, die Kamera Ich hab's ja alle geteilt Grudge, Grudge, Grudge Hast du schon, hast du schon raus Ja, dann geh ich nach oben mit Die sind jetzt down Er entpickst da, der bleibt Das ist übrigens Chasey, ne? Falls ihr den gesehen habt Ja, komm, komm, komm Grudge Achtung, Luxi, Achtung Hab dich, Luxi, hab dich Jetzt, Grudge Hast du, hast du Tank deleten, tank deleten Tank deleted Marco, wechsel auf die Gliese Bubblegum, Bubblegum, alles gut Okay, hätt was gesagt Der Healer, der Healer, der Healer Hände her, Hände her Die stecken, die stecken, die stecken Machen, Rush Einfach den Healer weitermachen, ist noch poison Wuuu Nummer 2 Wuuu Schwing Ha, First Blood Prima Pick die Dots Schon gepurrt Bin in ihren Backline Prima drauf Achtung Schwede, Achtung Schwede Prima fling Achtung Schwede, der in die Flings Ender im Vierfeld Aufs Westerstein Prima low Westerstein Westerstein Westerstein, Westerstein, Westerstein Westerstein, Westerstein, Westerstein Prima wird voll gedottet Prima wird voll gedottet Westerstein down Bin auf Reiter Hab dich Schwede Bleib drauf, bleib schon Lunarix, Lunarix Bin ich drauf Kann ich Schwede, kann ich Schwede Smug? Warum, damit nichts passiert? Westerstein Will ja Ja las, 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 las Lass, las, las, las Und hinten einen Holy Double Heel Time noch auf dem Clarunt An So viel AOE wie Geh Frau ich bin auf den Clave Gegen auf die Clave Vorsicht, der hat Reflekt an, Carrion, Jo Ratch in 3, Ratch in 3 Hast du die Heiler getroffen? Anders? Jawohl Geh auf Claren, geh auf Claren Claren, Claren Ich bin auf der Pike, der Pike Ratch in 3 Clare bei der Holy, Clare bei der Holy Der Droide, der Droide Ja, der geht auf Claren Leg mal, Mann Ich hab kein Zahnverbot nehmen Noll Was war das? Deleted, Manners Okay, 3, 2, 1, Crutch, 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 Crutch Ich hab Crutch gepurrt, wir haben Crutch gepurrt Alles gut Dann Ich glaub den Frost Ich hab den Frost aus dem Frost Ich hab die, ich hab die, ich hab die, mach weiter Damage auf die Wir sind im Anti-Heal Ich hab nen Pod drin, ich hab nen Pod Crutch, komm Purge, Purge, mach den Frost, 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 Frost Down Glaive, 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 Glaive Oh, ich kann das machen Mach die Clare aber weg Fuck you Ich hab die Clare dann Ich hab den gesnarrt, Maxi, lauf weg Ja, ich kann nicht weglaufen, wenn ich dauerstatt bin Komm mal zurück, Marco Ja Was? Smokebomb die gleich hinten Gib mal Crutch, dann machen wir den Tank Nice Äh, mein Mana Pod ging nicht durch Komm Mana Ja, kommt, hier Oh Achtung, Achtung, Crutch, Achtung, Crutch, Crutch Mach weiter, mach weiter, mach weiter, damage auf den Mach weiter Man ist Crutch wieder ready Crutch kommt Der Healer, der Healer ist hinten komplett weg Ich hab sie beide Heal, 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 Heal Hinten die Clave, die Clave Der Curse fehlt mich halt Lol Maxi Ich bin out of Mana Heal, 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 Heal Der Healer ist down Mach die Clave Den Curse, den Curse Achtung, 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 hast du was, hast du was zu tun? Ja Marco hat jetzt andere Posi Dong Nicefigage- Morning Bauch, grad alles gut Alter, was ist ein Fight, mag Kommt sie, Clarent fuck Clarent, carry und Caller Ich bin auf den Clarent Okay, wie Öbal'd heil ist weiß ich Der Clarent ist auf mir, Alex Okay, er geht wieder back, alles gut Neee, ich brauche viel, Alex Ich brauche viel Ja, ich komme, ich komme, ich komme Ich kick ihn einfach nach Süden Der Healer ist Ultra-Law Ja Der steht im Anti-Heal Okay Bin wieder auf dem Clarent Auf dem 3-World Ich hab den Healer hier da unten Achtung, Achtung Maxi, ich kann da nichts machen, ich kann nur smoke-bochen gerade Wir haben, ach Michi war das, lol Ich hab den nochmal geslowed hier hinten Der kann jetzt grad nicht laufen Der Wild of 3 hinten Ach, das ist Double-Heal Jaja Sorry, sorry Marco, aber vielleicht kriegen wir noch Könnt ihr umdrehen auf den Wild of 3 Wild of 3, Wild of 3, Wild of 3, umdrehen Ich bin drauf Ich spiele Maxi Den Carrion, genau, den Carrion Ich hab 3 Stacks, Leute Einfach auf den Carrion durchziehen Ich kick den mal kurz weg, damit wir mit dem Heal nachkommen Nice one Ich switch auf den Nature Ich hab sie Ich hab 3 gesilenced Ich hab 3 gesilenced Okay, ich switch wieder auf den Carrion Den Carrion Den Carrion Den Carrion Ich switch mal kurz auf den Druiden Auf den Holy, den Holy, den Holy Und wieder auf den Druiden Druiden, Druiden Ich hab 3 Stacks wieder Ich reiß ihn ab Ja, er ist down Und den Holy, den Holy, den Holy Kommst du klar? Achtung Okay, jetzt haben sie nichts mehr Ich slow den Maxi Lauf einfach Okay, Healer ist down Ich bin auf dem Carrion Ich hab noch mein Death ab Ich hab auch noch Mana ab Ich hab den Revex, oder? Ich hab den Revex, oder? Ich hab den Revex, oder? Loll Und wir alle Ich hab den Revex gerannt, oder? Gibt direkt Crutch Double Heal Ja, sobald wir engagem Ja, das Double Heal Jetzt Gute Übung Nur Palma Ja, mein Anti-Heal Ich hab's alles gecurched Ich hab's alles gecurched Weitermachen, weiter, Mann Der, 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 der Cursed Cursed, Cursed Ich bin hinten auf dem Heiler Der Heiler, ja Die rennt schon weg Ich renne hinterher Einer geht nach oben, ich renne dem Holy hinterher Kommt hier die Crutch? Crutch, kommt Ich renne dem Holy hinterher Okay Ich renne dem Holy hinterher Gut, ich renne dem Claren hinterher Das ist ein Hammer, ne? Ja Alex hat keinen Buff Grudge Ne, ich bin gestunnt Kein Grudge, kein Grudge Jetzt Ich bin gesleept Dann nach Grudge Jetzt Grudge Grudge, Grudge, Grudge Hast, hast, hast Hast, hast, hast Ich bin auf der Glaive, der Glaive, der Glaive Ich spüche auf den Tank Get the Grudge Hast Haluxi Stunnt Ich hab gleich wieder Grudge ready Ich hab gleich wieder Grudge ready Auf der Glaive Ich hab Wo den Healer Warte, warte kurz Es geht schon los, es geht schon los Es geht schon los Es geht schon los Äh, Curse Nimm mal so Kurz, bisschen chill Jetzt sind alle gesloat, alle gesloat, Anti-Heal Marco kriegt Grudge Anti-Heal, Anti-Heal, Anti-Heal Ja, ja, liegt Und auf der Glaive Meins ist doch... Ungef treat Ich hab den Healer Ich hab den Healer wir rausgenommen Mach's mal, thank you So Oh Alle gepurcht, weiter, weiter 時 hospital Auf den Healer Der Healer hat noch heusten Pod Ich hab auch einen Pod drin Hol' ich das Cl Yet Nice Bin auf dem Cl Yet Bleib drin Bleib drin, bleibt drin Bleib drin, bleib drin, bleib drin Bleib drin, bleib drin, bleib drin Brauch ich den Grudge so bald Ich wohi den Grudge so bald Ich wohlie vor Und 되어 Ich hab' ne yer Oh, er hat den gedodged, der hat noch seine Stacks, der hat noch seine Stacks Der Cursed Prima hier, Prima hier, Prima hier Lauf raus Auf das Claren, voll durchziehen Bin raus, zieht auf Claren, zieht auf Claren Ich kann gleich purgen Ich gepurge weiter, Claren Auf den Cursed, den Cursed Ab die anderen alle Was war das? Das Einhand, was war das? Leider meine Wunsch nicht verstellt, tut mir leid mich hier, ne? Der Call am Anfang war voll shit Boah, ich hab lag des Tools, Gorka Und, und irgendwie, was ist das da? Einhandssperr Ich hab kein Bock auf dem Double Heal ist das, Double Heal Quatsch kommt Oh, ich bin ja auf dem Oh, oh, jetzt, wir können den Wizard abreißen Quatsch den Wizard abreißen Quatsch den Wizard abreißen Quatsch ist wieder ab Quatsch ist wieder ab Quatsch kommt Wizard hat nix mehr Ich bin auf dem Macabrius Ok, jetzt down Ok, der Wizard Bin hinten auf dem Don Pablo Quatsch kommt Hey, I will never surrender Gib mir mein Holy Nein, der Speer möchte laufen Und dann lässt es doch Wie ist das eigentlich der Erste ist, der hätte sterben müssen Und der Letzte ist, der Typ Er ist rausgejumpt, wie so ein Mongo Wen nehme ich mir da jetzt? Da war ein Claren dabei Und eine Articarion Caller Son wohl mir, hm Ich bin ja Ich bin ja Ich bin ja